Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dead Space Ja und heute, in der heutigen Folge werden wir hoffentlich die Rick besorgen Das ist nämlich immer und noch, immer noch, immer noch unsere Aufgabe Ja, das wird ganz toll Wir sind schon ein ganzes Stück weiter gekommen Und jetzt wird's Haha, das find ich, find das so geil ey Das ist ein wissenschaftliches Logbuch, Chief Science Officer Dr. Klein Die Probleme in der Kolonie machen mir große Sorgen Zweifellos haben sie mit der Entdeckung des Markers zu tun Aber wie genau das alles zusammenhängt, das liegt noch im Punkt Fast 40% der Kolonisten sind dem Wahnsinn verfallen Zu dessen offensichtlichen Symptomen akute Depressionen, Schlaflosigkeit und Halluzinationen zählen Diverse gewalttätige Ausschreitungen und Selbstmord deuten ebenfalls auf extreme Paranoia hin Auf Anweisung von Dr. Mercer soll ich einige der Infizierten zu Studienzwecken an Bord bringen Der planetare Psychiater Dr. Wallen hat berichtet, dass seine eigenen Analysen fruchtlos waren Ich zögere momentan noch, mich auf Dr. Mercer zu verlassen Aber ich brauche seine Expertise Wir brauchen Lösungen Und zwar schnell Wow, da kratzt ganz, ganz, ganz schön viele ab Und wir sind endlich da Oh Mann, okay Das sieht nicht richtig gut aus hier Nee, 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 nee Aber die Szene eben, die finde ich Wenn man das das erste Mal spielt, erschreckt man sich sofort Und ich finde es auch gut Oh nein, oh nein, 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 nein Nicht schon wieder, nicht schon wieder der Nein Okay, äh, das ist der Käpt'n und der Und Ja, er verwandelt sich Scheiße, scheiße Jetzt mach doch mal Los, komm her, komm her Ich mach dich, Alter, du Kollege Nix da Beine weg Hey, hey, hey Nein, 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 nein Nicht Nein Nicht den nächsten Verfahren Bleibst du Liegen? Oh, das war knapp, ey Sonst hätte er Wie viele Leichen Wir haben ja ordentlich Leichen hier Da hinten liegt auch irgendwie noch eine Das Teil dieser Rochen Der ist super Oh, der heißt die Käpt'n's Rick Bingo Bongo Ja, der verwandelt und verwandelt Die ganzen Leichen hier Und dann haben wir Gegner ohne Ende Und sie sehen put aus Gott sei Dank Ich werde mir jetzt die Aufzeichnung des Käpt'ns vornehmen Gehen Sie zur Monorail-Station Ich melde mich bei Ihnen Ich werde herausfinden, was auf diesem Schiff los ist Okay, mach das Ja Ja, wir müssen erst mal zusehen, dass wir zurückkommen Was haben wir denn Was habe ich denn jetzt hier noch alles drin? Hm, hm Hm, das da Aber das lassen wir einfach mal so Warte mal, kann ich das Nein, 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 nein Blau war das Können wir überhaupt aufladen? Hallo? Macht er nicht Ja, warte mal Dann würde ich gern das benutzen So, dann ist das weg Dann haben wir ein bisschen mehr Platz Dann könnten wir noch Munition mitnehmen Und der Energieknoll Wir nehmen einfach die Energie hier mit Wir können ja gerade sowieso gar Ach ja, blau ist ja für Energie Warte mal, dann ist das Rot Ich weiß gar nicht mehr, welcher Knopf Ich hatte das schon lange nicht mehr gespielt Ach, das ist schon so lange her Okay, ja Da wir jetzt die Rick des Käpt'ns haben Die Informationen hat er jetzt, der Hammond Äh, Kendra ist ja immer noch Verschwunden Tot Wir wissen es nicht so genau Oh nein Nein, 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 nein Das ist nicht gut Äh La, 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 la Ganz ruhig hier Das ist mir zu ruhig hier Ja, da ist er noch Der Supergegner Boah, ey, wie das schaltet Das hört sich an, als wird gleich noch einer kommen Oh, der ist platt, ey Die sind richtig gemein Das sind ja diese Die halten viel mehr aus, die Dunkleren Boah, warum muss das denn so klimpern hier? Hallo? Hilfe? Die Dunkleren, das sind Eifrack Einer von denen hat es irgendwie runter ins Cockpit des Käpt'ns geschafft Aber ich konnte ihn in einer defekten Rettungskapsel einsperren Ich hebe jetzt die Abschottung auf Da sind die Deckprotokolle Was auch immer hier passiert, es kam aus dem Planeten, als sie die ersten Stollen boten Es verbreitete sich in der Kolonie und erreichte dann das Schiff Das ist keine Infektion Das ist eine außerirdische Lebensform Scheiße, wir haben noch ein anderes Problem Die Schiffsantriebe sind offline Und unser Orbit zerfällt Gehen Sie rüber zum Maschinendeck Ich bleib hier und versuche rauszufinden, wo das Problem ist Na, tolle Wurst Okay, eine außerirdische Lebensform Also ja, mehr ist das ja so ein außerirdischer Virus Ja, das ist ja super Toll, jetzt driftet unser Schiff noch weg So, erstmal speichern Ja, dann dürfen wir jetzt erstmal wieder das Raumschiff in die richtige Bahn bringen Und erstmal reparieren Dafür müssen wir erstmal wissen, was ist das Problem Ja, ah ja, dann kann ich ja jetzt Der Shop ist eigentlich direkt hier, ne Ja, nee, wir gucken einfach da hinten in den Shop rein War nicht irgendwo Ach nee Die Werkbank finden wir, glaube ich, auch noch nachher Ich weiß es jetzt nicht, aber Klimpa, klimpa Da ist ja was runtergefallen, Kollege Okay, dann werden wir jetzt mal Shop Ja, oh, 24.000 Ja, damit können wir was anfangen Eine neue Ja, ich weiß nicht Also so viele Waffen brauchen wir im Moment nicht Energie Ach nee, wir sparen uns die Kohle Irgendwann kommt noch auch Anzug Level 3 Äh, der kostet, glaube ich, 30.000 Aber das sehen wir dann, wenn wir denn soweit sind Aber erstmal zur nächsten Ebene Zum nächsten Level So, Intensivstation Intensivstation Kapitel 2 Ist abgeschlossen Wo kommen wir denn jetzt hin? Ja, ich möchte den Fortschritt speichern Ja, dankeschön Was kommt denn jetzt? Ach ja, die Kurs Kurskorrektur Da müssen wir ganz nach hinten Zum Antrieb Und, äh Ja, ist ja logisch, ne Wenn das Schiff abdriftet Wegdriftet So, wunderbar Wir haben zwei Probleme Und die Uhr checkt Erstens Die Treibstofftank der Antriebe sind leer Zweitens Die Schwerkraftzentrifuge ist offline Was bedeutet, dass uns einige Trillionen Tonnen Gestein nach unten ziehen Sie müssen die Zentrifuge wieder in Betrieb setzen Den Hauptantrieb mit Treibstoff versorgen und zünden Damit ich die Umlaufbahn des Schiffs stabilisieren kann Okidoki, ja, dann müssen wir das Schiff mal wieder anschmeißen Ja, das kriegen wir hin Da, erstmal Sprit Und dann Die Zentrifuge Gar kein Problem Das machen wir alles Solange nicht wieder Oh Das sieht auch hier sehr, 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 sehr nett aus Da ist der nächste Shop Ja So, wir sammeln erstmal alles ein Da ist Aber ich glaube, hier müssen wir jetzt nicht hin Wo müssen wir denn eigentlich hin? Ach ja, genau Direkt durch die Tür da vorne Rüber zum Sprit Erstmal gucke ich nochmal im Shop Vielleicht gibt es doch noch was Neues Biep, 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 biep Und neues Objekt Ist, äh Gibt es jetzt nicht Okay, dann lassen wir Das Ja, wir Ne, wir sparen Wir sparen die Kohle Ich glaube, wir bekommen jetzt die Chance Auf einen Da ist die Werkbank Ja, genau Da wollte ich hin Ich wollte ja den einen Knoten dann gerne einsetzen Da liegt ein Kollege Der nur darauf wartet Was hat sich da gerade bewegt Der nur darauf wartet, dass wir Daher gehen Aber den gefallen werden wir nicht tun Komm Ja, ja, bleib mal schön da liegen Ah, da ist ein Schema Ein Schema Was haben wir denn da? Komm, sag mal Was ist denn das? Hold you look Was zum Hänker ist hier los? Es ist Hänker ist Henderson Er ist verrückt Er zieht sich Seine eigenen Zähne Henderson Oh Gott Ist er tot? Bleib locker Er lebt ja Aber die Tür war ziemlich hart Warum hat er das gemacht? Ich verstehe das nicht Okay Okay, die drehen langsam aber sicher am Rad Ach, da ist das nächste Lock Ja, Textlock Okay Keine Ahnung, was hier abgeht Jemand sagte, das Schiff wurde angegriffen Aber wer zum Hänker sollte uns hier draußen angreifen? Erst schiebt der Käpt'n Und jetzt werden wir angegriffen Wie heißt der? Carmack? Carmack? Irgendwie sowas meinte Jemand vom Brückenpersonal hätte ihn getötet Aber das kann ich gar nicht glauben Jetzt tobt hier das Chaos Man kommt nicht mal mehr zur Brücke durch Man kommt zu niemandem mehr durch Alle fliehen Wollen nur noch weg von hier Sollte Was? Sollte mich ihnen vielleicht anschließen Ja, das solltest du vielleicht Oh, yo Voll Voll abgedreht hier Aber man sieht es ja auch über Leichen Alle tot Okay, wir haben den einen Energieknoten Können wir den irgendwie sinnvoll nutzen? Ne, ja Eigentlich ja schon Ja, für die Genese Die Rig Ja, das dauert ein bisschen Hm Hier Könnten wir ein Äh Viel später Ich glaube Unsere Waffen Die sind erstmal stark genug Wir setzen das erstmal hier ein Luft brauchen wir erstmal nicht Das kommt etwas später noch mit der Luft Das heben wir uns für später auf Erstmal die Rig Und dann können wir noch was Wenn wir jetzt noch genug Energieknoten finden sollten Können wir ja direkt noch was an der Waffe machen Na, weiter Wir bürsteln Waffe weiter Teamwork Oh nein, jetzt geht auch noch Das Licht aus und da unten läuft noch jemand rum Ja, das ist sehr, sehr freundlich hier Wir gehen lieber rechts rum Ich bin nur zu Besuch hier Ich will nur den Sprit wieder anschalten Nur den Sprit Mehr will ich gar nicht Die Munition nehme ich mit Wir nehmen direkt mal eine schnellere Waffe Wo wollen wir Wo will ich eigentlich Ah, ich hätte eigentlich auch woanders hier gehen können Wo ist er, wo ist er Scheiße, scheiße Hinter mir Nein Ich bin nicht da Ja, 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 ja Ist ja gut Nein Hey, Kollege Kollege Da war noch was anderes Wo ist das andere Komm her, komm her Oh, voll erschreckt Ey Ich wusste, dass da noch einer kommt Das Viech gehört und dann Subdiwub war das weg Wo ist er denn jetzt Oh, der hat uns jetzt Der hat uns jetzt nur extra Oh, Manno Oh, okay Hat mich voll erschreckt Voll unter Strom Störung Chinese benötigt Aha Okay Wir sollen aber Man kann auch hierher gehen Ich weiß aber nicht mehr, was man da genau machen kann Ah ja, die Bahn Wir holen uns die gleich Wir müssen zuerst noch hier hoch Das ist ja direkt um die Ecke Dann machen wir das Geht doch Haben wir direkt hier Die Energie So, runterziehen Gar kein Problem Beep Tanksequenz aktiviert Das ist super So, jetzt können wir da unten her Wir hätten auch Warum aktivieren wir jetzt erst die Tanksequenz Äh Ja, das kommt Kommt später noch Wir holen uns das Ding rüber Und dann müssen wir da noch Müssen wir was machen Ich weiß nicht mehr genau, was wir machen müssen Ich würde ja sagen, wir holen Termin Aber Ne Das war die letzten Male Ne, ne, diesmal nicht Okay, wir haben irgendwas schon aktiviert Oh, hier eine Fresse Das ist alles riesengroß Aber Wenn man mal überlegt, wie viele Gesteine wir geladen haben Irgendwas von Trillionen, hat er ja gesagt Der Hammond Ja, um das anzutreffen Ja, ich komme Schätzchen, ich komme Dann braucht man auch einen großen Antrieb Komm her, komm her Oh, oh, was ist denn jetzt los hier Nein Schön Oh, 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 oh Scheiße, scheiße Was ist Und abgekackt Das ist dann noch ein kleines Vielen Dank.